hallo und herzlich willkommen zurück zu world of warcraft mit unserem orc braumeister mensch und ich bin schon mal zurückgeportet ne was war das die paralyse zum abgeben habe ich gesagt das machen wir heute hier haben wir auch immer respektvoll nice 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 gut das waren alle oder was ich dahinten noch abgeben irgendwie diese geht es nicht okay machen wir das dann geht's dahin auf geht's weg fenster wir fliegen wir fliegen nicht ganz aber wir rennen so schnell wie es geht so ich habe jetzt eigentlich vor vor ist sie also es ist bisschen übertrieben aber so ein bisschen mehr oft habe ich letzte parts glaube ich habe ich eher so on topic kommentiert so zu was gerade passiert ne ich hoffe mal ihr wisst den unterschied zwischen off und on topic ne off topic ist irgendwas anderes leben was nichts mit dem spiel zu tun hat on topic ist was gerade passiert darüber irgendwas quasseln ne you know what i mean so aber on topic ist ein bisschen langweilig im quest deswegen meistens ein bisschen mehr dinge reden andere dinge und so warum sind hier so viele gegner das ist egal ich krieg das hin warum rennen die auf dem weg das ist das das ist so falsch ihr bleibt nicht auf wege rennen ihr mobs böse so aber das problem ist ihr wisst ich habe kackfantasie so fantasy ist bei mir fast nicht vorhanden deswegen ist es ein bisschen schwer für mich aber ich reise mich zusammen ich werde einfach weiter quasseln irgendwelche schwachsinn verzapfen und so weiter ein ganzes paar durch ich gebe mir nicht aufhören zu reden zu quasseln was immer ihr dem was immer ihr dem sagen wollt ne hi du bist böse lasse ah da hinten ist es ich habe gelesen ist wieder nüchtern dass ich gerade was ein NPC der betrunken ist das sieht man nicht alle tage ach ja turtle ist übrigens auch hier das ist auch sowas ne im letzten thumbnail ist immer turtle drauf irgendwie das passt auch zu allem ne ich habe schon überlegt ob ich nur noch turtles ähm thumbnail machen soll bis irgendjemand mal einen namen für ihn hat ich sage es in jedem part ne du hast einen komischen namen oh besser geht es nicht hier kriege ich ich ist es exakt dasselbe ich habe nicht gelesen was los war gesandte so kopf eines aussehen der kalterei ja und wo ist er will dass sie den kopf eines aussehen der kalterei besorgt bringt dieser ort im laufen halten ist es schwer genug wenn es ist elf und drei neidisch nicht belastet jetzt schleiche noch drei noch abdruckst du mit dem lager rum doch immer es war kann es nicht wert sein mensch durchsucht die lager bis sie ihn findet und dann recht diplomatin das ist richtig man muss richtig suchen wo ist der ausgang weiß es nicht so wo ist denn hier du bist ein bisschen frech ne ich muss jetzt das lager hier du suchen da ist gerade richtig ich möchte dich umbringen ne geht aber nicht ich wette mal der ist der spion ne der auftrags auftragsdingens ne habe ich eigentlich sonst noch irgendeine gewusst ne what bitte um entschuldigung fraka bittet euch ettrick nochmal brief der hat richtig krasse background story das wusste ich gar nicht so mit dem jetzigen lich king wie hieß der ich habe den namen vergessen fuck irgendwie hat der ihn gerettet oder so nein der der ei hey Priester du glimmel er hat irgendwie gerettet auf um stratholm stratholm ne bist du? du bist nur ein speer des echenthal ich brauche eine assassine verdammt nicht ein speer speer, ich bin ein beschützer Ey, hey Das ist nicht nett, komm mal her, komm mal her Dankeschön Kann ich jetzt Paralyse machen? Zack Löl Kann ich mich jetzt in Ruhe hochhalten? Ah, das sag ich ganz nice Das ist richtig nice Zack Wo ist jetzt ein fucking Assassine? Im Lager, oder was steht da? Das ist nicht so, also habe ich noch schon genug um die Ohren Dieser Ort im Laufzuhalten ist schwer genug Jaja, jetzt schleiche ich noch nicht noch Auftritt im Lager umher Der eine wichtige Diplomatik tut Während meiner Wache Wer auch immer es war Such das Lager, bis sie ihn findet Und recht, die Diplomatin Ist der jetzt da drin, oder? Bin ich einfach nur zu dumm Dafür Ich habe no idea Der müsste ja eigentlich doch hier drin sein Ne? Das ist ein Toter Bist du das? Ich kann das nicht beschützen Wie kann ich noch zu Silbermauern zurückkehren? Ja gut Hier ist es auf jeden Fall nicht mehr Oder bist du das? Alter, bist du groß? Warum bist du so groß, verdammt? Der ist groß Mächtiger, mächtiger Mann Du bist ein Grutzer Du bist ein Schamane Dann Bist du auch noch ein Schamane? Wetten, ich such jetzt den ganzen Part Der Schluss stellt sich raus Dass ich einfach nur dumm bin Und einfach Zu unfähig bin Irgendwie Punkt zu sehen Oder sowas in der Art Im Lager Das hier ist ja das Lager Das heißt, es müsste eigentlich hier irgendwo sein Eventuell Eventuell Hi Hallo What? Oh mein Gott Da ist die Assassine Ich hab dich hier gefunden Ha Ha Bin gut Ohne irgendwelche Tipps Ich hab's gefunden Mua Vielleicht Ich hab's Mir nur überlegt Ob ich da hier rein soll oder nicht Was? Da haben wir den Kopf Gibt's da eine Beschreibung? Schade Schade Banane Wuhu Flieg Flieg und Sieg Kleiner Wie heißt der? Kaiser Killen Äh, ich rede schon wieder Krass on topic, ne? Es tut mir leid Es tut mir leid Aber ich hab so keine Idee Was ich sonst so erzählen soll Ähm Dinge geschehen Et cetera, et cetera Alter, mein Ähm Kurthar Wer ist Kurthar? Wer bist denn du? Da oben Okay Dann gehen wir da hin Mich hält niemand auf So Hab ich irgendein Thema? Ich könnte Ich sag's nur noch mal Was ich da vergessen hab Aber Ihr könnt mir immer Irgendwelche Tempo schräge In die Kommentare Tempo schräge Wow Tempo schräge In die Kommentare posten Ne? Könnt ihr immer gerne tun? Dann hab ich auch was zu erzählen hier Das ist nicht so Lame mit Mit, mit, mit Da ist ein Goblinroo da Da ist noch ein Gloppel, Gloppel Seht ihr? Ich kann nicht mal on topic kommentieren Da 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 Kriegst du den Hals von Hi du Hast du gerade einen Grundzaum gebracht? Das ist nicht nett Bist du auf mich? Was sollt das? Wenn ich jetzt hier hinstehe Rüfft er mich? Okay Hier Irgendwann Oder schiesse ich jedes Mal Einfach nicht da wo ich bin Ferrerbahn Hier war das Hier war das Ja Redet mit mir Nein ich rede nicht mit dir So jetzt Ich muss mich gerade verarschen Uh Passt So So Uh Ich mach mich jetzt bereit Hör auf da hin zu schießen Ich muss einen Screenshot machen Komm Komm Ein Versuch noch Okay Na gut Dann eben nicht Ist ja gut Ich geh ja Bisschen schlechter Bogenschütze übrigens Feuer Wow Ich bin aus Feuer gesprungen So Wächtergurtar Gute alte Wächtergurtar Das tunne bitte Cool Ich hab hier ein Das sieht bestimmt besser aus Oder Ähm Und jetzt Wächter Was Andrakan Bilderholtpost Warum zum Fick Ist es irgendwie verpackt oder so Ich verstehe es nicht Ist es verpackt Der Ruhestand auf 20 Minuten Nice Ist das verpackt Oder wie Oder was Oder Ich weiß es nicht Zopf aus Orka Pflicht Achtdornige Blutkelche In dem Zopf Und erschaffe es Ein besonderes Zeichen Der Zunag Für Dracker Wat Hä Warum wird das nicht angezeigt Da muss man richtig Oldschool Classic Man Quest Beschreibung lesen Ich hätte noch Eine persönliche Bitte an euch Mensch Es gibt viele Monde hier Seitdem ich meine Liebsten gesehen habe Dracker Es werden noch Viele weitere Verstreichen Ihr sollt uns wiedersehen können Ich fürchte dass es nach so langer Zeit Ihre Liebe für mich Schwinden wird Dieser Zopf hat für uns Beide Einer besonderen Bedeutung Und auch der dornige Blutkelche Die Blumen Blumen Die in dieser Region wächst Aha Ich bitte euch Diese Blumen zu pflücken Ah Jetzt sehe ich sie auch direkt Auch 8 davon I see Zack 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 Jetzt sehe ich es Nice Da ist noch einer Also ich sehe gerade zwei Wow Ich wäre fast noch da hinten gerannt Ne Dann hätte ich es verpasst gehabt Und dann wäre ich umsonst irgendwo Hingerannt Und whatever Altes Lied Lady Di Irgendwie so Nachtelfen Siedlungen Ne Wie jetzt Altes Lied Hat eigentlich schon Irgendjemand gesagt Dass die so Kacke Namen haben Nachtelfenstätte Die sind so Lady Di Lady Du Ich bin eine Elfe Uuuu Lady Da You know what I mean Ich hoffe doch Zack Dorniger Blutkelch Das ist kein Reitier Hier ist das Reitier Jetzt habe ich drei oder Steht eigentlich was dazu Ne Natürlich nicht Natürlich Oh So Oh hi Du bist wirklich ein schlechter Speer Ne Jetzt schießst du nicht mal Auf den Bogen Mit dem Bogen auf mich Wenn ich hier Hat nichts gebracht Wenn ich sogar vor ihm stehe Ne Das Das ist nicht gut Hier Zack Du Kämpfst jetzt Bisschen Haha Haha Richtig nice Heile Kuchen Ja Die Geräusche gehören dazu Ich war Werte Schabe Stirb Ich zerquetsche dich Ich habe den Schabe Umgebracht Bring ich jetzt Peter Auch um Und weiss es nie bei denen Auf jeden Fall verklagen sie mich Weil ich ein Tier Umgebracht habe Im Videospiel Tja So ist es So sei es Ich habe jetzt Sechs 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 Da brauchen wir noch zwei Ich weiß nicht Wie weit das der Bereich ist In diesem Die Blumen wachsen Aber Hier ist noch eine Also nice Noch einer Noch einer Wo haben wir denn noch welche Ich renne jetzt einfach da weiter Ne Da ist es Nice Und das on topic Commentary is on point Sing Sing Und ich habe noch 15 Minuten Und Der Part ist 15 Minuten lang Ein Zufall Ich glaube kaum Ich möchte das übrigens auch haben Das Mount Und ich möchte Hochberg Tauren haben Und Zalandari Troll Habe ich das schon mal gesagt Ich habe das glaube ich schon mal gesagt Und die Maga Orcs Ach man Aber Das ist so Kacke mit dem Rufarm Ich mag es nicht Ich mag nicht gerne Du Rufarm Das ist so lame Und Und so Kacke Ne Das Weltquesten Schön und gut Ne Ist What Ich brauche Ein Baumsatzling Hi Ich trinke mal was Dann schlage ich dich Weltquests sind viel besser als Daily Quests Die es früher gab Da man immer dasselbe gemacht hat So Wirklich zu 100% dasselbe Und jetzt hat es ein bisschen Flow drin Aber Trotzdem Kacke Man Ich habe so kein Bock drauf Weltquests zu machen Und Innis Sind irgendwie Ich kriege immer Freihafen Ne Der schon auf High End Gebiet Kennt die Inni Und die ist Kacke lang Wenn Wenn man noch Eine Gruppe hat Die Nichts auf die Reihe Kriegt Dann 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 Huch Erst Ich war glaube ich Gestern In dreiviertelstunde Kacke Inni Weil Der Tank Immer versucht hat Am Anfang Die Mops Die Mop Gruppe Auszulasten Und so weiter Und dann sterben natürlich alle Weil dann alle gleichzeitig Pullen Ne You know Cancer Fuck Und da mein Equipment Eh noch nicht so Töfte ist Dauert es halt auch noch länger Weil niemand so richtig Damage macht Und es ist Non-Heroic Alter Wie kacke wird denn das Heroic Wenn es ja jetzt schon so Kacke ist Ich realisiere das gerade Jetzt verstehe ich den Kraft Dass er Nicht gerne Mit Mit Randoms Heroic Geht Ne Aber das war Früher einfacher Oder Oder habe ich Irgendwie was verpasst Kann ich nach Da hinten Fliegen Trongar Auch gut Das ist doch hier Oder Ja Okay Aber ich denke mal Das mache ich Im nächsten Part Ich fliege jetzt noch Offcam Da rüber Jetzt müsst ihr ja nicht sehen Das ist ein bisschen Lame Das war's für heute Ich hoffe es hat euch gefallen Like und abonnieren Alles mögliche Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao